Deswegen. Sonst sieht's blöd aus. Danke, flip flip, für den Euro. Erzähl mal, wie du den Gender kennengelernt hast. Ich habe das eigentlich schon vorhin öfter erzählt, aber wenn ich jetzt Geld gespendet hätte und keine Antwort kriegen würde, finde ich das auch scheiße. Ich habe Max auf Insta geschrieben, ne auf WhatsApp, weil er seine Nummer öffentlich hatte. Er hat mir geantwortet. Ich habe ihn gefragt nach Liedern. Er hat mich zu Elias geschickt und dann hat Elias mich zum Gender geschickt. Und ja, wir haben dann geschrieben und ja, ich bin zufällig einfach mal hierher gekommen. Ich bin spontan sehr zufrieden.